Blickpunkt Nachwuchs wird Ihnen präsentiert von der Sparkasse Westmünsterland. Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße Sie zu WM Sport Blickpunkt Nachwuchs. In unserer heutigen Sendung sind wir zu Besuch bei der SG Borken. Der Amateurverein hat zu Beginn dieser Saison in der Jugendfußballabteilung das Projekt Borkener Schule gestartet. Das ambitionierte Ziel der SG ist es, mittel- bis langfristig zum Zentrum für hoffnungsvolle Nachwuchstalente im Kreis Borken und der weiteren Region zu werden. Nach Besprechung der letzten Liga-Partie vor dem Training bei der SG Borken. B-Jugendtrainer Edgar Holtig sagt seinen Jungs, was ihm gefallen hat und was nicht so gut war. Da sein Elf mal wieder gewonnen hat und zwar mit 7 zu 0, gibt es da nicht so viel zu kritisieren. Also zum Tagesgeschäft. Was wird denn heute im Training geübt? Kreuzen vor dem Tor, das heißt erster Pfosten, zweiter Pfosten und das Lagen wir auch machen. Erster Pfosten, zweiter Pfosten. Boah, ist das kalt. So, wir nehmen uns jeder mal einen Ball, wenn ihr ein bisschen gelaufen seid. Wir üben in letzter Zeit sehr viel Konteraktionen. Das heißt, wir haben so ein Ding, was wir für sehr wichtig halten, dass die Jungs lernen, schnell umzuschalten. Das heißt, wir üben das so ein bisschen mit Zucker schmeckt die Medizin besser. Wir üben das mit einer Form von Kreuzen vorm Tor, weil sie kommen dann immer zum Abschluss und das macht sehr viel Spaß. Ist natürlich dann auch taktisch gut, wenn man vorm Tor kreuzt. Jede Kette kann man am besten durch irgendwelche kreuzende Laufwege knacken. Wollen aber dann direkt danach eine Anschlussaktion spielen. Und das heißt, für die, die können sich nicht ausruhen. Sie müssen sofort wieder hinter den Ball kommen und sie müssen sofort umschalten aufs andere Tor. Und ist sehr intensiv. Deswegen freuen wir uns auch, dass wir heute noch ein bisschen Verstärkung aus der Haie umkriegen, weil wir dann natürlich immer wieder ein bisschen Pausen einbauen können. Diese Umschaltübung hört sich für ein Jugendtraining bei einem Amateurverein schon recht kompliziert an. Deshalb mal ganz von vorne, was steckt eigentlich hinter der Idee Borkener Schule? Die SG Borken hat gesagt, Mensch, wir möchten eigentlich hier in der Region die Talente nicht so früh an die großen Vereine verlieren. Wir möchten sie selbst ausbilden und möchten hier sowas wie eine leistungsbezogene Talentförderung aufbauen. Und wir hatten irgendwie viel von mir gehört und haben gesagt, Mensch, die Idee BFT finden wir klasse. Der BFT, das sind die Bocholter Fußballtalente. 2005 von Holtig gegründet, um Spielern aus dem westlichen Münsterland neben dem Training in ihrem Verein ein professionelles Training anzubieten. Holtig kann hier auf einen großen Erfahrungsschatz zurückgreifen. Der A-Lizenzinhaber war bereits als Jugendtrainer beim MSV Duisburg und Schalke 04 tätig. Und hat Spieler wie Benedikt Höwedes trainiert. Ich nehme insofern auch strukturell einiges mit, weil bei MSV und Schalke habe ich natürlich ein anderes Denken kennengelernt. Also früher war ich so ein freischaffender Künstler und heute dieses Denken, dass man schon in jedem Alter eigentlich gewisse Dinge trainieren muss, das verdanke ich dieser Tätigkeit dort. Ja und von der BFT-Geschichte nehme ich natürlich so ein bisschen auch meinen Stil. Und ich habe aus meinen Trainertätigkeiten den Stil entwickelt und ich möchte die Trainerkollegen und auch dem Verein hier einladen, dass dieser Stil jetzt hier eine Marke wird. Dass wir sagen, also gewisse Dinge wollen wir im Training sehen, die wollen wir natürlich methodisch-didaktisch interessant aufbauen. Und dass die Spieler eigentlich automatisch gewisse Dinge machen, die wir von denen erwarten. Und ich bin da sehr gespannt, weil es ist ja schön auch für so eine Geschichte so konzeptionell mitverantwortlich zu sein. Ich habe eine Übungsform, um die Hauptübungsform vorzubereiten, die wird auch ziemlich cool sein. Erstmal zwei Teute können gleich ins Tor gehen, der dritte kann noch ein bisschen mittrainieren. Und wir laufen gleich, wir machen einfach zwei Teams und das machen wir jetzt schon mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, dreht, zwölf. Wir wollen mal hören, was die Spieler so dazu sagen. Christoph ist schon seit zwölf Jahren bei der SG Borken und kann in den letzten drei, vier Monaten Veränderungen bemerken. Also ich finde seit dem Konzept Borkener Fußballschule hat sich schon was verändert. Das ist recht viel schon professioneller geworden als früher. Früher, da kann man Borken auch nicht so als riesigen Verein gesehen, aber jetzt spielt sich das alles schon so ein bisschen auf. Und ja, also das Training hat sich auch wohl noch viel professioneller verändert im Gegensatz zu früher. Aber früher war natürlich, Training war auch früher gut, aber man merkt schon einen Unterschied. Manchmal versteht man nicht direkt immer alle Übungen, aber im Nachhinein dann wohl. Und ich finde das Training macht auch Spaß, weil wir versuchen jede Übung fast mit Torschuss zu kombinieren. Und dann, ja, dann macht das eigentlich auch viel Spaß. Sein neuer Mannschaftskamerad, der 16-jährige Mike, kommt sogar jeden Tag aus Elten bei Emmerich, um bei Edgar Holtig trainieren zu können. In der D-Jugend bin ich halt nach Tuch-Bocholt gewechselt damals und wurde dann halt von Edgar angesprochen, ob ich Lust hätte zum BfD zu kommen. Habe mir das Ganze angeguckt und habe dann da angefangen und hat mir richtig viel Spaß gemacht, das Training. Einfach mit den Jungs, mit den Westen aus Bocholt da zu trainieren. Und das Training hat einfach mir auch viel gebracht und deshalb habe ich mich entschlossen, dem BfD auch weiterhin zu folgen. Ich bin dann mit nach FC gegangen, letzte Saison, ist da leider gescheitert und deshalb wollte Edgar das hier nochmal versuchen. Und da habe ich gesagt, da bin ich auf jeden Fall dabei. Also ich meine, Edgar tut auch viel für uns, also er berät uns und gibt uns Tipps, wie wir uns verbessern können, wie wir an unseren Schwächen arbeiten können. Und es macht schon viel Spaß. Ja, nur zum Demonstrieren, ja. Was mir auffällt ist, ihr lauft zu früh, zu schnell. Das heißt, ein Spieler, wenn das Timing stimmt, wenn der Pass kommt, das ist nur eine kurze Aktion. Wenn ich mich verständige, muss ich durchlaufen. Wenn ich nicht durchlaufe, was passiert dann? Dann holst du mich wieder ein. Was heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich nehme an, wir laufen, ja, und ich laufe jetzt voller Polo durch, ich muss jetzt warten, du darfst mitlaufen. Deswegen habe ich dich ja ausgewählt. Von der Spielphilosophie orientiert sich der Trainer neben seinen eigenen Ideen an den ganz großen Vorbildern. Eigentlich so, das große Vorbild ist natürlich der große Fußball, ist natürlich Jogi Löw mit seiner Truppe. Aber von dieser Philosophie wollen wir so viel wie möglich auch im Jugendbereich umsetzen. Also schnelles Umschalten, ganz kurze Ballzeiten quasi oder schnelle Passfolgen einfach. Jogi Löw liegt, glaube ich, bei 1,1 Sekunden. Wir machen das Mannschaft im Training so ein bisschen auf Spaß. Was ist eigentlich, wenn man in 1,1 Sekunden passt? Also das ist ja ein wahnsinniges Spieltempo. Und es gibt ja nichts, was so schnell ist wie der gespielte Ball. Und das wollen wir denn beibringen, Kopf oben zu haben, Situationen lösen, schnelles Agieren, auf dem Platz nicht so lange den Ball halten. Aber auch technisch schon sehr, sehr offensiv spielen. Und wichtig ist immer, es gibt so ein paar Grundgesetze im Fußball. Ich formuliere es immer geschwollen, Blickkontakt, Kommunikation. Man kann auch sagen, gucken und sprechen. Und gucken kann ich nur, was ist dafür wichtig? Augen. Wenn ich den Kopf oben habe. Und deswegen muss ich in der Lage sein, ja. Das hört sich ein bisschen an wie die Devise, die Jürgen Klinsmann einst bei den Bayern ausrief. Jeden Spieler jeden Tag etwas besser zu machen. Ja, okay, das ist ja, dieses Stichwort Individualisierung von Klinsmann ist sehr sympathisch. Das versuchen wir natürlich auch im Bereich von Kraft, von Schnelligkeit. Und wir haben jetzt im Winter zum Beispiel einen Tag in der Halle, wo wir auch wirklich dann ganz spezifisch Schnelligkeit- und Koordinationstraining machen. Also eben das machen, was der Einzelne braucht. Also ich finde diesen Slogan nicht nur sympathisch, sondern ich finde, das macht unheimlich viel aus, auch gerade im Jugendbereich. Die B-Jugend der SG Borken spielt in der Kreisliga A und ist dort unangefochtener Spitzenreiter. Acht Spiele, acht Siege, dazu ein Torverhältnis von 59 zu 3. Alle Zeichen stehen also auf Aufstieg. Bis zum erklärten Ziel der Westfalenliga ist es dennoch ein weiter Weg. Ja, die Kreisliga ist eigentlich so schlecht eigentlich gar nicht. Wir müssten aber, ich glaube, wir müssen richtig rechnen, viermal aufsteigen, um in die Westfalenliga zu kommen. Oder dreimal. Und die Schwierigkeit liegt einfach darin. Deswegen ist das auch sehr intensiv, die Spannung eben hochzuhalten. Die Spieler sind jedenfalls voller Optimismus, dass es in den nächsten Jahren mit der SG Borken aufwärts geht. Ja, ich hoffe es. Ja, es ist nicht jede Jugend, jeder Jahrgang ist nicht gleich stark. Ein paar sind vielleicht nicht so gut, ein paar vielleicht besser. Aber es ist auch egal. Und ich hoffe, vielleicht kommen wir noch neue Spieler wieder dazu. Und dann werden wir vielleicht noch stärker werden in jedem Jahrgang. Ich darf Sie an dieser Stelle noch auf ein Sportspezial um 20.30 Uhr hinweisen. Vor dem Europa-League-Spiel gegen Bukarest spricht Christoph Merzellner mit Moderator Werner Hansch über mögliche Konsequenzen aus dem Revierderby, sowie über die spannende Frage, wie lange bleibt sein Freund Raoul noch auf Schalke? Wir sehen uns morgen wieder in WM-Sport, dann mit dem Westfalen-Pokal-Derby Amina Bielefeld gegen die Sportfreunde Lotte. Bis dahin, alles Gute! Musik Blickpunkt Nachwuchs wurde Ihnen präsentiert von der Sparkasse Westmünsterland. Musik Musik